11. Als Jane aufwachte, benahmen sich ihre Nervenbahnen wie billige Lichterketten. Sie flimmerten unkontrolliert. Dann gab's einen Kurzschluss. Geräusche drangen in ihr Bewusstsein ein, zerbröckelten und tauchten wieder auf. Ihr Körper war erst matt, dann angespannt, dann wieder rastlos. Ihr Mund war trocken und ihr war zu warm. Gleichzeitig zitterte sie. Sie atmete tief ein und stellte fest, dass sie halb aufrecht saß und irrsinniges Kopfweh hatte. Aber etwas roch gut. Oh Gott, da lag ein unglaublicher Duft in der Luft. Halb nach einem Tabak wie der, den ihr Vater geraucht hatte, und halb dunkle Gewürze, als befände sie sich in einem indischen Laden für Essenzen und Aromen. Sie zog ein Augenlid hoch. Ihre Sicht war verschwommen, vermutlich, weil sie ihre Brille nicht trug. Aber sie konnte genug sehen, um zu erkennen, dass sie sich in einem dunklen, kargen Raum befand, in dem überall stapelweise Bücher lagen. Außerdem stellte sie fest, dass der Sessel, in dem sie saß, direkt neben einem Heizkörper stand, was die Hitzeschübe erklären würde. Zudem war ihr Kopf in einem ungesunden Winkel abgeknickt, was wiederum die Kopfschmerzen verursachte. Ihr erster Impuls war, sich aufzusetzen. Aber sie war nicht allein. Also verhielt sie sich still. Am anderen Ende des Raumes stand ein Mann mit mehrfarbigem Haar über ein riesiges Bett gebeugt, in dem jemand lag. Der Kerl war angestrengt dabei etwas. Einen, einen Handschuh über die Hand. Ihres Patienten zu ziehen. Ihr Patient lag in diesem Bett. Das Laken bis zur Hüfte runtergezogen. Die bloße Brust von ihren Verbänden bedeckt. Um Himmels Willen, was war passiert? Sie erinnerte sich daran, ihn operiert und eine unglaubliche Herzanomalie entdeckt zu haben. Dann hatte eine Unterhaltung mit Menello auf der Intensivstation stattgefunden. Und dann? Du lieber Gott! Sie war von dem Mann am Bett, einem Sexgott, und jemandem mit einer Red Sox-Baseballkappe entführt worden. Panik flackerte in ihr auf, neben einer anständigen Portion Wut. Aber ihre Emotionen schienen keinen Kontakt zu ihrem Körper herstellen zu können. Die Gefühlsaufwallung verlor sich in der Lethargie, die sie umhüllte. Sie blinzelte und versuchte, den Schleier vor den Augen loszuwerden, ohne die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sie riss die Augen weit auf. Der Typ in der Red Sox-Kappe kam mit einer umwerfend schönen, blonden Frau an der Seite rein. Er stand dicht neben ihr. Und obwohl sie sich nicht berührten, war klar, dass sie ein Paar waren. Sie gehörten einfach zusammen. Der Patient sprach keuchend. Nein. Du musst, sagte Red Sox. Du hast mir mal gesagt, du würdest mich umbringen, wenn ich je... Mildernde Umstände. Leila hat Rage heute Nachmittag genährt, und wir können keine der anderen auserwählten Herrschaffen, ohne uns mit der Direktrice auseinanderzusetzen. Was Zeit in Anspruch nehme, die wir nicht haben. Die blonde Frau näherte sich dem Bett des Patienten und setzte sich langsam hin. Sie trug einen maßgeschneiderten schwarzen Hosenanzug, was ihr das Aussehen einer Anwältin oder Geschäftsfrau gab. Und doch wirkte sie mit ihren langen, üppigen Haaren irrsinnig weiblich. Benutz mich! Sie hielt ihr Handgelenk über den Mund des Patienten und ließ es direkt über seinen Lippen schweben. Und wenn nur, damit du stark genug bist, um dich um ihn zu kümmern. Es gab keine Frage, wer gemeint war. Red Sox sah noch elender aus als vorhin im kranken Zimmer. Und die Medizinerinnen ihr fragte sich, was in diesem Fall genau mit kümmern gemeint sein mochte. In der Zwischenzeit ging Red Sox rückwärts, bis er gegen die Wand stieß. Er schlang die Arme um die Brust und hielt sich fest. Mit sanfter Stimme sagte die Blonde, Er und ich haben drüber gesprochen. Du hast so viel für uns getan. Nicht für dich. Deinetwegen ist er am Leben. Das ist sehr viel. Die Blonde streckte den Arm aus, als wollte sie dem Patienten das Haarglatt streichen, zog die Hand aber zurück, weil er zusammenzuckte. Lass uns für dich sorgen. Nur dieses eine Mal. Die Augen des Patienten suchten Red Sox an der gegenüberliegenden Wand. Als er nickte, fluchte der Patient und schloss die Augen. Dann öffnete er den Mund. Großer Gott! Die ausgeprägten Eckzähne hatten sich verlängert. Waren sie vorher schon spitz gewesen, so sahen sie jetzt geradezu aus wie Fänge. Okay, das hier war eindeutig ein Traum. Genau, denn sowas passierte mit kosmetisch verlängerten Zähnen nicht. Niemals! Als der Patient seine Fänge fletschte, trat der Mann mit den bunten Haaren vor Red Sox, stützte beide Hände an die Wand und beugte sich vor, bis ihre Brustkörper sich beinahe berührten. Doch dann schüttelte der Patient den Kopf und wandte sich von dem Handgelenk ab. Ich kann nicht. Ich brauche dich, flüsterte Red Sox. Ich bin krank von dem, was ich tue. Ich brauche dich. Der Mann im Bett fixierte ihn. Ein machtvolles Sehen blitzte in seinen Diamantaugen auf. Nur für dich, nicht für mich, für uns beide. Uns alle, warf die blonde Frau ein. Der Patient holte Tiefluft. Dann Himmel, bis er der Blonden ins Handgelenk. Er schlug schnell und entschlossen zu wie eine Kobra. Und als er die Zähne in ihr versenkte, machte die Frau einen kleinen Satz. Dann atmete sie mit offensichtlicher Erleichterung wieder aus. Red Sox an der gegenüberliegenden Wand zitterte am ganzen Körper. Er wirkte trostlos und verzweifelt, während der Mann mit den umwerfenden Haaren ihm den Weg versperrte, ohne mit ihm in Berührung zu kommen. Jetzt bewegte sich der Kopf des Patienten in einem gleichmäßigen Rhythmus, wie ein Baby, das an der Brust lag. Aber er konnte ja wohl kaum trinken. Oder? Und wie er es konnte. Ein Traum. Das war alles nur ein Traum. Ein Traum aus der Klapsmühle. Oder? Sie hoffte inständig, dass es so war. Sonst steckte sie in einer Art Gothic-Halluzination fest. Als es vorbei war, ließ sich der Patient wieder in die Kissen sinken und die Frau leckte sich über die Stelle, an der er sie gebissen hatte. Jetzt ruh dich aus, sagte sie, bevor sie sich an Red Sox wandte. Alles in Ordnung bei dir? Er schüttelte den Kopf hin und her. Ich möchte dich berühren, aber ich kann nicht. Ich möchte in dich, aber ich kann nicht. Der Patient meldete sich zu Wort. Leg dich zu mir. Jetzt sofort. Das schaffst du nicht, sagte Red Sox mit schnarrender, heiserer Stimme. Du brauchst es und ich bin bereit. Ach, Blödsinn, und ich muss mich hinlegen. Ich komme später zurück, wenn ich mich ausgeruht habe. Wieder flog die Tür auf, Licht fiel aus einem Flur rein und ein hünenhafter Mann mit hüftlangem, schwarzen Haar und einer Panorama-Sonnenbrille stolzierte herein. Das sah nach Ärger aus. Sein unbarmherziges Gesicht ließ vermuten, dass er es geil fand, Leute zu foltern. Und Jane befürchtete, er könnte jetzt gleich damit anfangen. In der Hoffnung, seiner Aufmerksamkeit zu entgehen, klappte sie schnell die Leder wieder zu und versuchte, nicht zu atmen. Seine Stimme war so hart wie der Rest von ihm. Wenn du nicht schon so groggy wärst, würde ich dich persönlich fertig machen. Was zum Henker hast du dir dabei gedacht, sie hierher zu bringen? Entschuldigt uns, sagte Red Sox. Man hörte ein Schlorfen. Dann fiel die Tür ins Schloss. Ich hab dich was gefragt. Sie musste mit mir kommen, sagte der Patient. Musste, musste, hast du völlig den Verstand verloren? Ja, aber nicht, was sie betrifft. Jane machte vorsichtig ein Auge auf und beobachtete durch ihre Wimpern hindurch, wie der große Typ zudem mit den bunten Haaren schielte. In einer halben Stunde treten alle in meinem Arbeitszimmer an. Wir müssen entscheiden, was zum Henker wir mit ihr unternehmen. Nicht ohne mich, ließ sich der Patient vernehmen, nun schon mit schärferem Tonfall. Du wirst nicht gefragt. Der Patient drückte die Handflächen in die Matratze und setzte sich auf, obwohl seine Arme vor Anstrengung zu zittern begannen. Ich werde als Einziger gefragt, wenn es um sie geht. Der Riese zeigte mit dem Finger auf den Patienten. Leck mich! Aus dem Nichts verspürte Jane plötzlich einen Adrenalinschub. Traum hin oder her! Sie hatte zu dieser heiteren Unterhaltung auch was beizutragen. Sie setzte sich aufrecht hin und räusperte sich. Alle Köpfe schnellten zu ihr rum. Ich will hier raus, sagte sie mit einer Stimme, die nach ihrem Geschmack ruhig etwas weniger gehaucht und dafür etwas schärfer hätte klingen können. Und zwar sofort! Der große Mann legte eine Hand an seinen Nasenrücken, schob die Brille hoch und rieb sich die Augen. Dank ihm steht das momentan nicht zur Debatte. Piori, kümmere dich noch mal um sie. Ja? Werden sie mich umbringen? stieß sie vor. Nein, sagte der Patient. Dir wird nichts passieren. Darauf hast du mein Wort. Einen winzigen Augenblick lang glaubte sie ihm. Was verrückt war! Sie wusste nicht mal, wo sie überhaupt war. Und diese Männer waren ganz eindeutig Verbrecher. Der mit den schönen Haaren trat vor sie. Du wirst dich einfach noch ein bisschen ausruhen. Gelbe Augen blickten in ihre. Und plötzlich war sie ein ausgesteckerter Fernseher. Das Kabel aus der Steckdose gezogen. Der Bildschirm schwarz. Wischers starrte seine Ärztin an, als sie erneut im Sessel zusammen sank. Geht es ihr gut? Wollte er von Puri wissen. Du hast sie doch nicht verschmort, oder? Nein, sie hat einen sehr starken Geist. Wir müssen sie hier so schnell wie möglich wegschaffen. Ralfs Stimme brummte durch den Raum. Sie hätte niemals hierher gebracht werden dürfen. Behutsam ließ sich Wischers aufs Bett zurückfallen. Er fühlte sich, als hätte man ihm einen Betonklotz in die Brust gerammt. Es kümmerte ihn nicht besonders, dass Ralf stinksauer war. Seine Ärztin musste hier sein. Das war einfach so. Aber wenigstens konnte er einen rationalen Erklärungsansatz dazu liefern. Sie kann mir helfen, gesund zu werden. Hey, was ist seit der Sache mit Bartsch so kompliziert geworden? Ralfs Blick war ausdruckslos. Glaubst du im Ernst, sie wird ihr helfen, nachdem du sie hast kidnappen lassen? Der hippokratische Eid hat seine Grenzen. Ich gehöre ihr. Wischers runzelte die Stirn. Ich meine, sie wird für mich sorgen, weil sie mich operiert hat. Du klammerst dich an einen Strohhalm, um zu rechtfertigen. Ach ja, ich hatte gerade eine Operation am offenen Herzen, weil ich in die Brust geschossen wurde. Das klingt für mich nicht nach Strohhalm. Soll ich etwa Komplikationen riskieren? Ralf warf einen Blick auf die Ärztin, dann rieb er sich wieder die Augen. Mist, wie lange? Bis es mir besser geht. die Sonnenbrille des Königs fiel wieder auf die Nase zurück. Dann heil schnell, Bruder. Ich will, ihr Gedächtnis so schnell wie möglich sauber ist und sie hier verschwindet. Ralf verließ den Raum und knallte die Tür hinter sich zu. Das lief doch ganz gut, sagte Vicious zu Piori. In seiner versöhnlichen Art murmelte Piori etwas vor sich hin. Wir alle sind etwas angespannt, bla, bla, bla. Dann trat er an den Sekretär, um das Thema zu wechseln. Mit ein paar Selbstgedrehten, einem Feuerzeug und einem Aschenbecher kam er zum Bett zurück. Du willst sicher eine haben. Was wird sie brauchen, um dich zu behandeln? Vicious ratterte aus dem Stehgreif einiges runter. Mit Marissas Blut in sich würde er schnell wieder auf die Beine kommen, da ihre Blutlinie fast rein war. Er hatte sozusagen gerade Super Plus getankt. Die Sache war nur die. Er wollte eigentlich gar nicht so schnell heilen. Sie wird was zum Anziehen brauchen, sagte er. Und was zu essen? Okay, ich kümmere mich drum. Puri ging zur Tür. Willst du was essen? Nein. Als der Bruder schon halb im Flur stand, sagte Vicious, siehst du noch mal nach Badge? Natürlich. Nachdem Puri gegangen war, betrachtete Vicious die Frau. Sie war nicht unbedingt schön, befand er, eher interessant. Ihr Gesicht war kantig, die Züge beinahe männlich, kein Schmollmund, keine dichten Wimpern, keine verführerisch gewölbten Augenbrauen. Und da drückten keine vollen Brüste von innen gegen den weißen Kittel, keine ausgeprägten Kurven, soweit er es erkennen konnte. Aber er begehrte sie, wie eine vor sich ihm regelnde nackte Schönheitskönigin. Mein! Vicious Hüften wandten sich, eine Hitzewelle breitete sich unter seiner Haut aus, obwohl er auf keinen Fall die Energie haben dürfte, sexuell erregt zu sein. Die Wahrheit war, dass er überhaupt kein schlechtes Gewissen hatte, sie entführt zu haben. Denn das war vorherbestimmt. Gerade als Barge und Rage in seinem Krankenzimmer aufgetaucht waren, hatte er seine erste Vision seit Wochen gehabt. Er hatte diese Ärztin in einem Türrahmen stehen sehen, eingerahmt von strahlend weißem Licht. Sie hatte ihn mit einem liebevollen Ausdruck auf dem Gesicht angelockt, hatte ihn einen Korridor lang gezogen. Die Güte, die sie ihm entgegengebracht hatte, war so warm und weich gewesen, so besänftigend wie stilles Wasser, so kräftigend wie die Sonne, die er nicht mehr kannte. Dennoch, obwohl er keine Schuldgefühle hatte, machte er sich doch für die Furcht und die Wut in ihrer Miene verantwortlich, als sie zu sich gekommen war. Dank seiner Mutter hatte er am eigenen Leib erfahren müssen, wie es war, zu etwas gezwungen zu werden, und er hatte ausgerechnet dem Menschen dasselbe angetan, der ihm das Leben gerettet hatte. Er fragte sich, was er getan hätte, wenn er nicht diese Vision gehabt hätte, wenn sein Fluch, die Zukunft sehen zu können, sich nicht wieder zurückgemeldet hätte. Hätte er sie dort gelassen? Ja, natürlich, selbst wenn ihm das Wort mein durch den Kopf schwirrte, hätte er sie in ihrer Welt gelassen. Doch die verdammte Vision hatte ihr Schicksal besiegelt. Er dachte an die Vergangenheit, an die erste seiner Visionen. Lesen und Schreiben besaß keinen Wert im Kriegerlager, da man damit nicht töten konnte. Wischers lernte nur, die alte Sprache zu lesen, weil einer der Soldaten etwas Bildung besaß und die Aufgabe hatte, rudimentäre Aufzeichnungen über das Camp zu führen. Er tat es schlampig und gelangweilt. Also hatte Wischers sich freiwillig dafür gemeldet, seine Pflichten zu übernehmen, wenn ihm der Mann im Gegenzug Lesen und Schreiben beibrachte. Es war der perfekte Tausch. Wischers war schon immer verzückt von der Vorstellung gewesen, ein Ereignis auf Papier zu bannen und ihm dadurch die Vergänglichkeit zu nehmen, es dauerhaft zu machen. Für immer. Er hatte schnell gelernt und dann das Lager nach Büchern durchstöbert und sie an abseitigen, vergessenen Stellen gefunden. zum Beispiel unter alten, unbrauchbaren Waffen oder in verlassenen Zelten. Er hatte die abgegriffenen, ledergebundenen Schätze gesammelt und sie am äußeren Rand des Lagers versteckt, wo die Tierhäute aufbewahrt wurden. Kein Soldat ging dort jemals hin, da es Frauenterritorium war. Und wenn die Frauen dorthin gingen, dann nur, um sich das ein oder andere Feld zu holen und Kleidung oder Bettzeug daraus zu fertigen. Darüber hinaus war es nicht nur ein sicheres Versteck für die Bücher, sondern auch der ideale Ort, um zu lesen, da die Höhlen Decke tief hing und der Fußboden aus Stein war. Sich nähernde Schritte waren leicht zu hören, da man sich bücken musste, um dorthin zu gelangen. Ein Buch jedoch gab es, für das selbst dieses Versteck nicht sicher genug war. Der wertvollste Band seiner kümmerlichen Sammlung war das Tagebuch eines Vampirs, der ungefähr 30 Jahre zuvor zum Lager gestoßen war. Er war ein gebürtiger Aristokrat gewesen, der durch eine Familientragödie dazu gezwungen wurde, sich im Lager ausbilden zu lassen. Das Tagebuch war in einer wundervollen Handschrift verfasst, mit großen Worten, deren Bedeutung Wischers nur erraten konnte. Und es umfasste drei Jahre im Leben dieses Mannes. Der Gegensatz zwischen den beiden Teilen, dem, der die Vorfälle vor seiner Ankunft dort beschrieb und dem, der sich mit der Zeit danach befasste, war drastisch. Am Anfang hatte sich das Leben des Vampirs um glanzvolle Ereignisse im gesellschaftlichen Leben der Glümera gedreht, um Bälle und schöne Frauen und höfisches Benehmen. Dann war alles zu Ende gewesen. Tiefe Verzweiflung, eben die Empfindung, mit der Vicious zu leben hatte, verfinsterte die Zeilen, nachdem sich das Leben des Mannes unmittelbar nach seiner Transition für immer gewandelt hatte. Vicious las das Tagebuch wieder und wieder und erkannte sich in der Traurigkeit des Schreibers selbst wieder. Und nach jeder Lektüre schloss er das Buch und fuhr mit den Fingerspitzen über den Namen, der in das Leder geprägt war. Darius, Sohn des Marklon. Vicious hatte sich oft gefragt, was wohl aus ihm geworden war. Die Einträge endeten an einem Tag, an dem nichts Bedeutsames vorgefallen war. Daher konnte man nicht ahnen, ob er bei einem Unfall gestorben war oder sich unvermittelt entschlossen hatte, das Lager zu verlassen. Vicious hoffte, eines Tages mehr über das Schicksal des Kriegers zu erfahren. Vorausgesetzt, er selbst lebte lange genug, um sich von hier zu befreien. Da dieses Tagebuch zu verlieren ihn untröstlich gemacht hätte, verwahrte er es an dem einen Platz, an dem niemand je verweilte. Bevor die Soldaten hier einzogen, war die Höhle von einer Art Urmensch genutzt worden, und die früheren Bewohner hatten primitive Zeichnungen an den Wänden hinterlassen. Die undeutlichen Darstellungen von Wiesenden und Pferden, von Handabdrücken und einzelnen Augen wurden von den Soldaten als verwunschen betrachtet, und von jedermann gemieden. Eine Trennwand war vor diesem Abschnitt der Felsen errichtet worden. Und wenngleich man die Malerei auch gänzlich hätte übertünchen können, wusste Wieses sehr genau, warum sein Vater sie nicht vernichten wollte. Der Blattletter wollte das Lager in einem Zustand des Ungleich Gewichts und der Ruhelosigkeit erhalten, und er verspottete Soldaten und Frauen gleichermaßen mit der Drohung, dass die Geister der Tiere Besitz von ihnen ergriffen, oder dass die Abbildung der Augen und Hände mit Feuer und Raserei zum Leben erwachen würden. Wieses hatte keine Angst vor den Zeichnungen, er liebte sie. Die schlichte Darstellung der Tiere verfügte über Kraft und Anmut und er legte gern seine eigenen Hände auf die Abdrücke. Ja, er empfand es als Trost zu wissen, dass es jene gab, die vor ihm hier gelebt hatten. Vielleicht war es ihnen besser ergangen. Wieses verbarg das Tagebuch zwischen zwei der größeren Abbildungen von Wiesenten in einem Spalt. Der ausreichend Raum in der Breite und Tiefe bot. Tagsüber, wenn alle ruhten, schlich er sich hinter die Trennwand und ließ seine Augen aufleuchten und las, bis seine Einsamkeit gemildert wurde. Nur ein Jahr, nachdem er sie gefunden hatte, wurden Wieses Bücher zerstört. Seine einzigen Freunde wurden verbrannt, wie er es immer befürchtet hatte. Und es war keine Überraschung durch wessen Hand. Er hatte sich seit Wochen krank gefühlt, da er sich seiner Transition nähern würde, was er damals nicht wusste. Er fand keinen Schlaf, war aufgestanden, auf leisen Sohlen zu dem Haufen Tierfälle getapst und hatte sich dort mit einem Märchenbuch niedergelassen. Mit diesem Buch auf dem Schoß schlief er auch ein. Als er erwachte, ragte ein Prätrans über ihm auf. Der Junge gehörte zu den Aggressiveren von ihm. Sein Blick war hart, sein Körper drahtig. Wie kannst du müßig gehen, während wir anderen arbeiten, verhöhnte er Vicious. Und ist das dein Buch in deinen Händen? Man sollte es dir wegnehmen, da es dich doch von deinen Aufgaben ablenkt. Ich könnte mir einen Extra Happen verdienen, wenn ich es aushändige. Vicious schob seine Bücher heimlich weiter unter den Fellstapel und stand auf, ohne ein Wort zu sagen. Er würde um seine Kleinodien kämpfen, so wie er um Brosamen kämpfte, oder um die abgelegten Kleider, die seinen Körper verhüllten. Und der Junge vor ihm würde um das Vorrecht kämpfen, den Besitz der Bücher zu verraten. So war es immer. Der Prätrans warnte nicht vor seinem Angriff. Er rammte Vicious mit dem Rücken gegen die Wand der Höhle. Obwohl Vicious hart mit dem Kopf aufschlug und ihm kurz die Luft weg blieb, schlug er zurück, traf seinen Gegner mit dem Buch ins Gesicht. Während die anderen ungewandelten Vampire herbeieilten und zusahen, versetzte er dem anderen Jungen einen Hieb nach dem anderen. Man hatte ihn gelehrt, jede Waffe zu benutzen, die ihm zur Verfügung stand. Dennoch hätte er am liebsten aufgeschrien, weil er mit seinem wertvollsten Besitz jemanden verletzte. Doch er durfte nicht nachlassen, sonst unterlege er womöglich und verliere die Bücher, bevor er sie noch in ein anderes Versteck bringen konnte. Endlich lag der andere Prätranz ganz still, das Gesicht zu breit zerschlagen, der Atem röchelnd, während Wischers seine Kehle gegen den Boden drückte. Das entsprang entsprang. Sofort begann der Junge unter ihm um sich zu schlagen, mit Armen und Beinen zu zappeln, als schmerzte sein gesamter Körper. Wischers ließ los und starrte voller Entsetzen seiner Hand an. Als er den Blick wieder dem Jungen zu wandte, traf ihn eine Vision wie ein Faustschlag, nahm Wischers die Sprache und das Sehvermögen. In einem verschwommenen Trugbild sah er das Gesicht des Jungen in einem starken Wind, das Haar zurückgeweht, die Augen auf einen fernen Punkt gerichtet. Hinter ihm lagen Felsbrocken, wie man sie in den Bergen fand, und Sonnenlicht beschienen die Steine und den reglosen Körper. Tod. Der Junge war tot. Plötzlich flüsterte der unterlegene Prätrans. Dein Auge, dein Auge, was ist geschehen? Die Worte kamen über Wischers Lippen, bevor er sie zurückhalten konnte. Der Tod wird dich auf dem Berg finden, und wie der Wind über dich kommt, so wirst du fortgetragen, werden. Ein Keuchen ließ Wischers den Kopf heben. Eine Frau stand in der Nähe, das Gesicht vor Schreck verzerrt, als hätte er zu ihr gesprochen. Was geht hier vor sich? Ertönte eine dröhnende Stimme. Wischers sprang von dem Prätrans auf, um Abstand zwischen sich und seinen Vater zu bringen und den Jungen im Auge zu behalten. Der Blatletter stand mit aufgeknöpfter Hose vor ihm. Augenscheinlich hatte er eben erst eine der Küchenfrauen bestiegen. Was erklärte, warum er sich in diesem Teil des Lagers aufhielt? »Was hast du da in deiner Hand?« donnerte der Blatletter und trat näher. »Gib es mir! Augenblicklich!« Im Angesicht des Zorns seines Vaters hatte Wischers keine andere Wahl, als das Buch zu zeigen. Es wurde ihm mit einem Fluch entrissen. »Du hast es nur weise gebraucht, als du ihn damit schlugst!« Verschlagene schwarze Augen wurden zu Schlitzen und musterten die Einbuchtung auf dem Fellhaufen, wo Wischers seinen Rücken angelehnt hatte. »Du hast dir auf der faulen Haut gelegen. Ist es nicht so? Du hast Zeit hier verbracht!« Als Wischers nichts erwiderte, machte sein Vater einen weiteren Schritt nach vorn. »Was tust du hier? Alte Schinken lesen? So ist es wohl. Und du wirst sie mir aushändigen. Vielleicht möchte ich ja selbst gern lesen, statt meinen nützlichen Bemühungen nachzugehen.« Wischers zögerte und er hielt eine Ohrfeige, die ihn rückwärts auf die Felle stürzen ließ. Er rutschte daran entlang und rollte runter, bis er auf den Knien vor drei weiteren Büchern auftraf. Blut aus seiner Nase tropfte auf die Deckel. »Soll ich dich erneut schlagen? oder oder wirst du mir geben, wonach ich verlange?« Der Tonfall seines Vaters klang gelangweilt, als wären beide Möglichkeiten für ihn annehmbar, da beide Vaters Schmerzen schmerzen und ihm daher Befriedigung verschaffen würden. Vaters streckte die Hand aus und streichelte einen weichen Leder ein Band. Seine Brust brüllte vor Schmerz bei diesem Abschied. Doch diese Empfindung war ja doch nur vergeudet. Nicht wahr? Die Dinge, die ihm etwas bedeuteten, waren von Begriff zerstört zu werden. Und nichts könnte das verhindern, ganz gleich, was er tat. Sie waren bereits so gut wie verloren. Vaters blickte über die Schulter den Blattletter an und erkannte eine Wahrheit, die sein Leben veränderte. Sein Vater würde alles und jeden zerstören, woran Visches sich trostsuchend klammern wollte. Das hatte er unzählige Male und auf unzählige Arten getan und er würde es weiter tun. Diese Bücher und dieser Vorfall waren nur ein Fußabdruck auf einem endlosen Pfad, der viel beschritten wurde. Diese Erkenntnis ließ allen Schmerz jäh vergehen. Für Visches lag nun kein Nutzen mehr in Gefühlen und Bindung. Am Ende wartete nur Qual, wenn sie zerstört wurden. Also würde er nicht mehr länger empfinden. Visches hob die Bücher auf, die er Stunden um Stunden in liebevollen Händen gewiegt hatte und wandte sein Gesicht dem Vater zu. Was ihm ein Rettungsanker gewesen, händigte er diesem nun ohne Regung, ohne Anteilnahme aus. Es war, als hätte er diese Bücher nie zuvor gesehen. Der Blatletter nahm nicht an, was ihm da gereicht wurde. »Gibst du mir diese Bücher, mein Sohn?« »Ja.« »Ah.« »Ah.« »Weißt du, vielleicht möchte ich ja doch nicht lesen. Vielleicht sehe ich es vor, wie ein Mann zu kämpfen, für meines gleichen und meine Ehre.« Sein massiger Arm wurde ausgestreckt und deutete auf eines der Kochfeuer. »Bring Sie dorthin! Verbrennen Sie dort! Da wir Winter haben, wird wenigstens die Hitze von Nutzen sein!« Die Augen des Blatletter verengten sich, als Vicious ruhig tat, wie ihm geheißen war. Dann drehte er sich wieder zu seinem Vater um, der ihn eingehend betrachtete. »Was sagte der Junge über dein Auge?« murmelte der Blatletter. »Ich glaube, ich habe was gehört.« Er sagte »Dein Auge!« »Dein Auge!« »Was ist geschehen?« erwiderte Vicious ohne jede Gefühlsregung. In der darauf folgenden Stelle tropfte Blut aus Vicious Nase und ran ihm warm und träge über die Lippen und das Kinn. Sein Arm schmerzte von den Hieben, die er ausgeteilt hatte, und sein Kopf tat weh. Nichts von all dem kümmerte ihn jedoch. Er verspürte eine überaus eigenartige Kraft. »Weißt du, warum der Junge sowas sagen sollte?« »Nein, das weiß ich nicht.« Er und sein Vater starrten einander an, während sich immer mehr Schaulustige versammeln. »An niemand im Besonderen gerichtet,« sagte der Blatletter. »Mir will scheinen, dass mein Sohn gern liest. Da ich wünsche, mit den Vorlieben meines Nachwuchses vertraut zu sein, möchte ich in Kenntnis gesetzt werden, falls jemand ihn dabei beobachtet. Ich würde es als persönlichen Gefallen betrachten, mit dem eine beachtliche Gunst verknüpft wäre.« Viges Vater wirbelte rum, packte eine Frau um die Hüfte und schleifte sie auf das Hauptfeuer des Lagers zu. »Und jetzt wenden wir uns der Körperertüchtigung zu, meine Soldaten. Folgt mir!« Ein stürmischer Jubel erhob sich aus der Mitte der Vampire und die Menge zerstob. »Wishers sah sah »Wishers« sah »Wishers« nach und stellte fest, dass er keinen Hass empfand. Üblicherweise ließ er, wenn sein Vater ihm den Rücken kehrte, seiner abscheufreien Lauf. Doch nun war da nichts. Es war wie vorher, als er die Bücher betrachtet hatte. Er empfand »Nichts« Dann blickte er auf den jungen Vampir herab, den er besiegt hatte. »Wenn du dich mir jemals wieder näherst, werde ich dir beide Arme und Beine brechen und dafür sorgen, dass du nie wieder gesund wirst. Hast du mich verstanden?« Der Junge lächelte, obgleich sein Mund so angeschwollen war, wie nach einem Bienenstich. »Und was, wenn ich zuerst durch die Wandlung gehe?« Vischers stützte die Hände auf die Knien und beugte sich runter. »Ich bin meines Vaters Sohn. Daher bin ich zu allem in der Lage, ungeachtet meiner Größe.« Die Augen des Jungen weiteten sich, da die Wahrheit ohne Zweifel deutlich zu erkennen war. So empfindungslos wie Vischers nun war, gab es nichts, was er nicht erdulden. Keine Tat, die er nicht vollbringen, keine Mittel, die er nicht freisetzen konnte, um sein Ziel zu erreichen. Er war, wie sein Vater immer gewesen war. Nichts als seelenlose Berechnung, umhüllt von Haut. Der Sohn hatte seine Lektion gelernt.